So meine Freunde und willkommen zurück zu Pokémon Silverin of the Skies. Wir sind hier am Rumblitzen im Kraftwerk im Leuchtturm von Ozeria City. Und können hier mehrere Gänge aktivieren. Ich habe absolut keinen Plan, was ich hier mache. Ich mache einfach irgendwas random, aktiviere einfach alles, was hier zu aktivieren ist. Damit es hier hoffentlich irgendwie weitergeht. Und ja, sonst großartig können wir eigentlich gar nichts, ja, sonst machen wir eigentlich gar nichts. Nichts großartiges. Außer eben aktivieren, entaktivieren, aktivieren, entaktivieren, aktivieren, entaktivieren. Und hier sind mehrere Pokémon wie böse Golbarts, die mich töten. Und Dankeschön, Golbart. Ja, mehr haben wir hier gar nicht. Wir haben hier nie wieder einen Generator. Und ich habe überhaupt keinen Plan, wo hier überhaupt was sein soll. Angeblich soll hier Team Tundra irgendwo sein. Aber von denen fehlt weit und breit die Spur. Die sind hier einfach nicht. Und wie ich hier durchgekommen bin, weiß ich auch nicht. Wir aktivieren hier wie bekloppte einfach alle Generatoren. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich glaube, den müssen wir aktivieren. Und wie kommen wir jetzt zu dem, wo wir hin wollen? Hm. Es ist und bleibt ein Rätsel. Ne, ich glaube aber, ich kann... Ah, ich habe es verstanden, glaube ich. Ich glaube, ich kann mehrere... Ich glaube, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich glaube, ich habe mehrere Generatoren mehrmals betätigt, aus Versehen. Ups. Ups. Egal. Egal, egal, egal. Hat keiner gesehen. Auf jeden Fall... Müssen wir irgendwo hin, um weiterzukommen. Ich weiß nicht wohin, aber egal. Wir werden schon irgendeinen Weg finden. Weil... Moment, ich werfe mal einen Schutz ein. Weil das geht mir langsam auf den Geist. Weil ich speed das meiste ja eh weg. Die meisten Kämpfe. Und so werden wir jetzt mal nicht gestört. Zack. Hier unten. Ich glaube, wir müssen hier unten rein, oder? Ja, es sieht doch schon besser aus. Leucht im Keller. X-Angriff. Jawohl, ja. Passt doch. Falls irgendwas du hier drin vergesst, dann schreibst du bitte in die Kommis, so dass ich nichts vergessen kann. Und dann kommen wir hier rein. Okay. Dann aktivieren wir den hier. Dann geht es wahrscheinlich weiter. Also ohne Blitz kommt man hier auf jeden Fall nicht weiter, wie es aussieht. Typ. Es ist der da hinten frei. Okay, dann gehen wir hier raus wieder. Und dann können wir den hier benutzen. Zack. Und weiter geht's im Leuchtturm. Und ein weiterer Schalter zum aktivieren. So ein bisschen geht mir das auch auf den Sack mit der ganzen Animation da immer, ne? Jetzt können wir das Item holen. Ich hab keine Ahnung, wo das ist, aber egal. Da hinten ist das. Aber ich kann nur hier unten lang. Von daher machen wir das einfach mal. Vielleicht haben wir jetzt den richtigen Weg, ja. Okay, sind alle falsch. Gut. Was kann ich denn hier... Ach, da kommt das Item, der X-Angriff, ne? Okay. Da muss ich woanders lang. Muss ich doch hier oben lang. Und hier ist wieder ein Generator. Das ist hier unten. Hier ist ein Item erstmal. Top-Elixier. Ja, ist top Sache. Aber nicht das, was ich unbedingt wollte. Da kommen wir noch nicht lang. Da können wir aber hier jetzt das Item wahrscheinlich gleich holen, ne? Können wir nicht? Hätte ich jetzt gedacht. Okay, dann nicht. Dann muss ich wohl auch den aktivieren, damit es weitergeht. Also eigentlich ist es ja aktivieren Generator, damit es weitergeht, ne? Nicht irgendwie nachdenken. Man muss den jetzt aktivieren oder so. Das hätte ich mir eher gewünscht. Das ist jetzt ein bisschen lame. Hä? 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 Was ist jetzt los? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Nein, Spaß. Eigentlich total leicht. Hier hin und hier hoch und fertig. Schutz wirkt nicht mehr. Klasse. Klasse Schutz. Aber einen haben wir noch. Schatz. Schatz. Schatzschutz. Passt alles. Alles dasselbe. Passt schon. So. Generator. Blitz wieder. So. Wo aktiviert sich der jetzt? Das ist der hier hintere. Ne, das ist der hinter uns, ja. Dann komme ich zum Item da hinten, ne? Zum nächsten Generator. Und dann komme ich wahrscheinlich auch weiter. Gut. Aber ihr merkt schon, das ist echt Popel einfach. Dafür, dass mir gesagt wurde, dass hier mehrere Schwerrätsel da sind auch im Game. Aber ist auch mal wieder ganz gut, solche Rätsel reinzubauen. Dann sollte man wenigstens ein bisschen Schwierigkeit auch Kraftwurzeln. Ist glaube ich wie so ein Trank oder sowas. Bloß ein bisschen schlechter. So, aktivieren wir den hier nochmal. Funderous Action. Was passiert jetzt? Der hintere. Wo ist das denn jetzt wieder? Ich weiß gar nicht, wo das alles ist, ey. Ich bin voll total verwirrt. Da ist noch ein Item. Wie komme ich da ran? Da brauche ich auch wieder einen Generator wahrscheinlich. Schutz wirkt nicht mehr. Klasse! Ich komme hier nicht mehr weiter. Ich muss hier raus. Wo bin ich nun? Da ist der Abgrund. Ich will nicht in die Totspring. Nein, danke. Lass mal. Noch ein Zubat. Ich spieg die Camp jetzt weg, weil die sind eh uninteressant, weil ich hier nichts fangen werde. Außer es sind Chilies ganz zufälligerweise. Aber die Pokémon und Zubat sowas, die nerven einfach. Und da will ich auch keinen Abonnenten nachbenennen. Vielleicht muss ich auch wieder rausgehen. Kann ja auch sein, ne? Hä? Wo muss ich lang? Ich weiß es nicht. Wo muss ich denn lang? Oh Gott. Ich muss da hinten auf jeden Fall hin. Aber wie komme ich da hin? Das ist die Sache. Okay, ist doch nicht so ein einfaches Rätsel, wie ich dachte. Es ist doch etwas schwerer, wie es aussieht. Da komme ich nicht lang. Ich komme hier lang. Ja, weiter komme ich auch nicht. Was aktiviert sich, wenn ich den hier aktiviere? Dann ist der hier geswitcht. Aber der muss ja umgeswitcht sein, damit ich weiterkomme. Aber wie komme ich da hin? Mann! Hier gibt es ja auch keinen Weg. Da unten gibt es einen Weg, der für wir ja nach draußen. Hier ist noch einer! Oh, leck mich doch am Sock, ey. Toll! Ich habe gedacht, den habe ich schon benutzt oder sowas. Aber nee, den kann man noch benutzen. Dann geht es auch weiter hier wahrscheinlich, ne? So, weiter geht es hier! Hä? Wo bin ich jetzt? Hä? Hä? Wo war der denn jetzt? Was ist hier? Einer an der Seite? Doch war der hier, oder? Das war doch der hier, oder? Was passiert, wenn ich den hier aktiviere? Das ist dasselbe! Hä? Wo bin ich denn jetzt? Das ist total verwirrend! Ey, ich finde mich gerade gar nicht zurecht hier. Der muss aktiviert sein, das ist mir klar. Was ist, wenn ich den hier umswitche? Wo aktiviert sich der denn? Wo aktiviert sich der denn hier? Für den hier. Der switcht so leid. Aber wo? Normal. Hier komme ich auch nicht lang. Wie komme ich denn nach da? Ach, jetzt komme ich da rein. Von der anderen Seite wahrscheinlich, ne? Ja. Das heißt, ich muss hier rüber. Und jetzt hier hoch. Oder ne? Und jetzt da oben rein, damit ich da das Item holen kann, oder? Ja. Carbon gefunden. Jetzt kann ich hier den hier umswitchen. Damit es weiter geht, glaube ich, ne? Ja, genau. Aber so schwer war es am Ende doch nicht. Aber es gibt hier doch einen Nebulak mal. Nach tausend Jahren. Toll. Auch nichts besonderes. Wo bin ich denn jetzt wieder gelandet? Das ist so ver... Boah, einfach. Hier muss ich hinlangen. Danke. Komm ich jetzt noch weiter, ne? Jawohl. Ich habe es geschafft. Trank. Warum bin ich hier in Trank? Der ist total random. So. Oh Gott. So, nochmal. Jetzt ein. Klasse. Dann geht es doch weiter endlich, ey. War doch ein bisschen verblüffend, aber auch nicht, weil ich wusste, wo was passiert ist. Das ist ein bisschen random. Nebulak weiblich. 27. Könnte ich fangen eigentlich und dann nach dem Abonnenten benennen, dann brauche ich es nicht so heftig leveln. Nachtnebel. Geil. Nebulak hat uns K.O. gehauen. Danke, Nebulak. So, Lucky Fox. Ich würde sagen, beißt es kaputt. Dankeschön. Damit wir einfach ganz schnell weitermachen können. Ich weiß, das ist ganz interessant gerade vor euch, dieses Kraftwerkrätsel, aber da kann ich da nichts gegen machen. Gibt auch mal solche langweiligen Parts. Und das ist doch ein bisschen unnötig, hier dieser ganze weite Laufweg, ey. Also, die hätte man sich auch schenken können. Deswegen, das ist ein Fanmade-Game. Das musste ich hier gestreckt werden, das Game. So, Erleuchtung im Keller. Und hier kann ich den Trümmerreiz einsetzen, oder was? Ja, was bringt mir das wichtig als der Trümmerre? Hallo, was hast du gebracht? Derjenige, der von West nach Ost schreiten soll, der Zutritt gewährt sein soll. Von West nach Ost. Ach so, ich brauche eine vernünftige Reihenfolge, oder was? Was sagst du mir? Die von West nach Ost? Also so, oder was? Hä? Also so, und dann so. Und dann hier A. Hä? Wie? Hä? Was ist denn das Rätsel? Ich kapier's nicht. Nochmal. Westen. Osten. Oder Wosten. und dann in der Mitte, oder was? Hä? Von Westen nach Osten? Vielleicht so? Warum geht das nicht? Muss ich zwischen den Zeilen vielleicht lesen? denjenigen, die von West nach Ost streiten? Soll der Zutritt gewährt sein. Oder hast du hier mit Westen nach Ost gemeint? Nö. Hä? Das ist so kompliziert für mich? Ich muss hier auch da rumlaufen, so. Hololololololo. LOLolololo. LOLololo. Was soll ich tun? Einmal rumlaufen, Kreise drehen vielleicht. Ey, aber absolut keine Ahnung wie ich das machen soll, ne? Von West nach Ost. Ja, West ist hier. Das ist Osten. Da wönen die Aussis. Und nun? Ne, jetzt ist der Tremann, oder? Oh, Mann. Ich hab hier's nicht, ganz ehrlich, was soll das? Oh, Mann. Leute, ich guck kurz einer Komplettlösung nach, ganz ehrlich. Okay, Leute, es ist doch leichter als ich dachte. Man sollte erst diesen Stein zerstören, dann in der Mitte und dann den normalen. Hätte man drauf kommen können, aber nö, Zero nicht, warum, weil Zero total super mega duper schlau ist. Ne, keine Ahnung, ich hab gedacht, man muss erst den Westen, dann den Osten, dann in der Mitte, aber irgendwie nicht. Erst muss man den Westen, dann in der Mitte und dann den Osten und dann... ...und dann in der Mitte und dann in der Mitte und dann in der Mitte. Ein großes Tor. Auf in die Kirche zum Beten! Noch so ein Rätsel Ach ne, es fängt ja weiter an Das Pentagramm ist die Lösung Zum allen Problemen Das Pentagramm beginnt Im Südwesten Und endet im Osten Auch wollen mich verarschen Ich hab grad Pentagramm beginnt von hier Und dann so So mache ich es immer Ja, ich kann Pentagramm bezeichnen Ich bin ganz komplex Ist die Post Ich glaub die Post ist da Egal Südwesten sagt er, also hier Und es endet im Osten Dann muss es ja hier Hier Denk ich jetzt einfach mal, ne Tim Dann würde ich Wenn es im Osten endet Würde ich nach dem hier gehen Und dann, ja Ich würde das so machen Ich hab keine Ahnung, ob das richtig ist Sonst hab ich hier die komplette Lösung hier parat Ne Ich glaub dir alles wunderbest Dr. Best An den hier würde ich machen Bitte sei richtig Bitte sei richtig Ach, leck mir doch den Fuß, ey Äh, Lösungs Pentagramm beginnt im Südwesten Und endet im Osten Was hab ich denn falsch gemacht? Nochmal, ich mach Ich fang mal so an Ich mach mal mit dem Finger mal mit Also es fängt im Südwesten an Hier Dann würde ich nach oben gehen So kann es auch gehen Ne, doch nicht, oder? Zack Zack Also es geht von Südwesten Es kann doch noch von Südwesten Nach Westen gehen Dann Oh, es kann überall hingehen Ey, wollt ihr mich verarschen? Das ist auch so ein doofes Rätsel Also ich mach das eigentlich Vom Westen nach Osten Vom Osten nach Südwesten Von Südwesten nach Norden Und von Norden nach Äh, Ost-Süd So mach ich das Ding Nicht anders Frag mich, warum ich Pentagramme zeichne Ich find diese Stern voll toll Oh Gott Komplettlösung Also ich kann mir irgendwie selbst ein Facepalm geben Also normal Warte mal Soll ich hier anfangen Und ich hab's glaube ich Im Westen enden lassen, oder? Hab ich nicht Keine Ahnung Wie ich's enden lassen hab Aber irgendwie soll es Es soll Im Westen enden, oder? Ich weiß es nicht Wie er es hier gemacht hat jetzt Ich glaube es war so richtig, oder? Ja, genau Hä? Also bei ihm endet das im Westen Und wo hat er hier gesagt Im Osten endet das, oder? Und endet im Osten Ups Ups Ähm, ja Äh, 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 Faceball Okay Weiter geht Wollt mich eigentlich verarschen Noch mehr Steine? Äh, 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 Faceball, okay Vielleicht Das ist wieder so ein Rätsel? Das ist unmöglich Hoch, hoch Oh Gott, Alter Hoch, hoch Rechts, rechts Unten, unten Links, oben Also hoch, hoch Stein im Weg Dann rechts, rechts Nach rechts, rechts War, glaube ich, unten, unten Oder? Und dann war, äh, unten, unten Und dann zack, dann zack Und dann hier Hallo, ich bin da Und nun Ich verstehe das Ganze nicht Leute, falls ihr das besser versteht Oder so Ähm, ja Dann schreibt mir die Kommentare Und hilft mir da Weil das ist einfach unmöglich Und vielleicht findet ihr das Muster raus Ich mache nicht weiter Ich lasse euch ein bisschen knobeln Ja, bis jetzt mal wieder Haut rein Bis zum nächsten Mal Ciao, euer Zero Ciao, euer Zero